Ja, einen wunderschönen guten Abend bei Bible Study, Livestream vom ICF Schwarzwald-Bodensee. Ich freue mich, dass Sie, dass du dabei bist und vielleicht auch später dann den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt anschaust, aber vor allem jetzt auch die im Livestream. Und es ist wieder ein ganz toller Abend heute. Wir wollen uns mit dem Johannesevangelium beschäftigen. Wir haben beim ICF diese Jahresbibelese, wo wir in einem Jahr durch die ganze Bibel lesen wollen. Und deswegen werden auch alle Bücher hier per Livestream oder auch im Podcast dann etwas vorgestellt, so knappe Stunde oder runde Stunde, dass man da ein bisschen eine Einführung hat. Und im Februar soll Erste Mose, Johannes gelesen werden und die Psalmen teilweise. Und das letzte Mal hatte ich zu den Psalmen etwas gesagt und heute geht es um das Johannesevangelium. Wir starten mit einem kleinen Steckbrief des Johannesevangeliums unter fünf Gesichtspunkten. Einmal die Abfassungsverhältnisse, dann sprachliche Besonderheiten, inhaltliche Besonderheiten und dann dieser besondere Charakter dieses vierten Evangeliums. Und dann gibt es auch noch ein paar spezielle Probleme bei diesem Evangelium, die ich kurz ansprechen möchte. Die Abfassungsverhältnisse sind ganz schnell erzählt. Abfassungsverhältnisse ist der Apostel Johannes, das ist eine ganz klare, starke altkirchliche Überlieferung. Und im Buch selbst gibt es sich zu erkennen mit dem Ausdruck, der Jünger, den Jesus liebte. Er ruht so ein bisschen an der Brust Jesu, am besonderen Herzen, er war auch wohl einer der jüngsten Jünger zu dem Zeitpunkt. Und der Name Johannes taucht gar nicht auf im Evangelium, aber wenn Johannes am Start ist, dann spricht er von sich als der Jünger, den Jesus liebte. Die Abfassungszeit diskutiert wird im Zeitraum von 70 bis 130 nach Christus, aber Bibeltreue Ausleger sehen das also viel in engeren Zeitrahmen, nämlich zwischen 80 und 90 nach Christus. Das heißt, nach den drei ersten synoptischen Evangelien ist es verfasst und auch vor den anderen johannäischen Schriften, also den Johannesbriefen oder auch der Johannesoffenbarung. Der Abfassungsort ist Ephesus, weil Johannes, der Apostel, in seinem hohen Alter in Ephesus diente und dort stationiert war und da hat er auch das Johannes-Evangelium geschrieben. Dann sprachliche Besonderheiten. Wenn man ein Griechischstudent ist, dann hat man sehr gute Karten, um das Johannes-Evangelium zu lesen, denn man braucht nur 700 verschiedene Vokabeln, das ist sehr wenig. 700 verschiedene Vokabeln und dann hat man den ganzen Wortschatz vom Johannes-Evangelium. Also das ist ein extrem geringer Wortschatz. Und jedes siebte Wort ist das griechische Wort Kai. Kai kann mit und auch sogar oder auch das heißt nämlich übersetzt werden oder Kai ... Kai heißt dann sowohl als auch. Es gibt verschiedene Bedeutungen von Kai, aber das wird so penetrant häufig gebracht, dass es praktisch statistisch gesehen, jedes siebte Wort ist Kai. Also ein Vokabel und du kannst dann schon jedes siebte Wort im Johannes-Evangelium übersetzen. Der sprachliche Stil ist etwas ganz Besonderes, was wir hier im Johannes-Evangelium haben. Es ist Prosa, also Erzähltext, aber es ist Kunstprosa. Es hat unglaublich viel poetische und stilistische Elemente enthalten, die es wirklich zu einem Kunstwerk machen. Herausragend ist, dass Johannes-Evangelium völlig anders als Paulus den parataktischen Stil bevorzugt. Das heißt, dass er gerne Hauptsätze einfach so aneinander reiht. Und dann, und dann, und dann ist das passiert, und dann, so wie die Kinder im Kindergarten erzählen, immer und dann, und dann. Und so, dieser parataktische Stil heißt ganz wenige Nebensätze und wenn dann auch nur ein oder zwei ganz einfach konstruierte Nebensätze, sodass die Sätze wenig kompliziert sind und leicht verständlich sind für den Hörer oder auch den Leser. Etwas anderes als bei Paulus, der hat genau einen anderen Stil, der hat diesen syntaktischen Stil mit ellenlangen und ganz vielen Nebensätzen, die er oft ineinander konstruiert. Da gibt es Ersatzmonster, die über 18 Zeilen gehen bei Paulus. So etwas findet sich bei Johannes gar nicht. Es sind relativ kurze Sätze, einfach konstruierte Sätze. Das ist ganz typisch. Und das zeigt, dass er möchte, dass es ganz einfache, normale Leute gut verstehen können. Also, dass es einfach ist und verständlich ist. Aber, und das ist die Pointe, obwohl es so vom Sprachlichen her sehr einfach gehalten ist, ist es inhaltlich und von der Aussage her extrem tief. Also, Johannes' Evangelium ist eigentlich viel schwieriger zu verstehen, vom Inhalt her das zu erfassen, als die anderen synoptischen Evangelien. Denn es ist das tiefsinnigste Evangelium. Und die Alte Kirche hat es genannt, es ist das geistliche Evangelium. Nachdem Johannes schon die anderen drei kannte, sollte er nochmal was Neues dazu schreiben. Und deswegen hat er ein geistliches Evangelium verfasst, sagt uns die Alte Kirche. Dann haben wir viele Gespräche und Reden Jesu. Und die sind oft so in einer geistlich-theologischen Sprache. Gar nicht so Alltagsdiskussionen, wo es um Alltagsgespräche geht, sondern es geht um geistliche, theologische, sehr tiefsinnige Gespräche. Vor allem dann auch in dem Teil, wo er die Jünger vorbereitet, auf sein Weggehen. Aber auch in manchen Reden eine sehr spezielle Sprache, die einen so ein bisschen entrückt aus dem normalen Alltag, aus der normalen Situation und irgendwie so eine geistliche, göttliche Sphäre erhebt. Ein weiteres Merkmal der Sprache des Johannes sind Dualismen, das heißt Gegensatzpaare. Also ganz typisch Leben und Tod. Oder Licht und Finsternis. Oder Liebe und Hass. Hass, Glaube, Unglaube. Und auch Himmel und Hölle. Andere häufige Stilmittel sind zum Beispiel Wiederholungen. So ganze Phrasen werden da öfters wiederholt. Zum Beispiel, es kommt die Zeit oder es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Gibt es dann mehrere Bibelstellen, wo das immer wieder auftaucht. Oder es wird mal Doppeldeutigkeit benutzt. Zum Beispiel, wenn ich erhöht sein werde. Das wird eigentlich in zweierlei Hinsicht benutzt. Einmal erhöht sein von der Erde, ein Blick auf die Kreuzigung, dass er an den Kreuz aufgehängt wird, am Kreuz. Aber auch erhöht sein von der Erde, dass er zur Herrlichkeit erhoben wird und in die Herrlichkeit des Vaters eingeht. Also Doppeldeutigkeit. Oder ein Missverständnis wird ausformuliert, wenn Jesus von der Wiedergeburt spricht, gegenüber dem Rabbiner Nikodemus. Er sagt ja, wie soll man sich das vorstellen? Muss man da nochmal in den Mutterleib hineinkriechen, als erwachsener Mensch? Das ist natürlich völlig Unsinn. Klar, geht gar nicht. Aber sowas wird auch gebracht, das tut sehr einen ins Nachdenken bringen als Leser, wenn man solche Besonderheiten, wie so Stolpersteine hat. Oder einmal Ironie. Er sagt, er geht weg. Er meint, dass er zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrt. Und dann denken die Leute, ja, wieder Selbstmord begehen oder er will in die Diaspora verschwinden und abhauen aus Israel. Also solche fast ironische Sachen. Dann hat Johannes ganz bestimmte Lieblingsvokabeln. Das merkt man einmal, wenn man einfach nur sieht, welche Vokabeln werden besonders häufig verwendet. Oder manchmal gibt es dann auch so Abschnitte von vielleicht sechs, sieben oder auch zehn Versen, wo ein bestimmtes Vokabel in einer unglaublich großen Häufigkeit erscheint. Ja, so Ballungen, Häufungen. Und zu diesen Lieblingsvokabeln des Johannes gehört zum Beispiel Lieben oder Glauben oder Bezeugen. Auch diese Sache, dass er Gesandt ist vom Vater. Gesandt. Oder Stichwort Welt, griechisch Kosmos. Meint er eher die gottfeindliche Welt, nicht so die Erdkugel, sondern die Welt, also die böse Welt. Oder Stichwort Herrlichkeit. Erdkugeligkeit. Oder die Vokabel erkennen. Leben. Oder dass er von Gott vor allem als Vater spricht. Sehr auffällig, weil das eher untypisch ist. Im Allentestament spielt das fast überhaupt keine Rolle, dass Gott der Vater ist. Er ist der Vater Israels und auch der Vater des Königs. Weil der König ist dann erst Vater für den König, der König ist Sohn für Gott. Aber sonst ist das Stichwort Vater sehr selten eigentlich. Und hier in Johannes Evangelium wird uns Gott vor allem als der Vater, der himmlische Vater geoffenbart und der Vater Jesu Christi. Also das sind so interessante sprachliche Besonderheiten. Das nächste, was heraussticht, bevor man dann in den Inhalt einsteigt, im Einzelnen, sind die inhaltlichen Besonderheiten. Das Johannes Evangelium hat sage und schreibe 90% Sondergut. Das heißt, 90% von diesen 21 Kapiteln finden sich in den anderen drei Evangelien überhaupt nicht. Also das heißt, er bietet praktisch maximale Ergänzung der Synoptiker. Ganze 10% findet sich dann auch irgendwo verstreut in den anderen Evangelien. Das sind ein paar bestimmte Wunder, die er tut und natürlich im Teilbereich dann von Kreuzigung, Auferstehung, Gefangennahme. Da gibt es Überschneidungen. Aber sonst gibt es extrem wenig Überschneidungen zu den anderen Evangelien. Er wollte einfach Zusatzinformation bringen. Und das entspricht genau dem Zeugnis, das der Kirchenvater Clemens von Alexandrian geäußert hat. Der hat von 150 bis etwa 216 nach Christus gelebt. Und Clemens von Alexandrian bezeugt uns, dass Johannes sein Evangelium mit der Absicht schrieb, die bereits vorhandenen drei Evangelien einfach auch zu ergänzen. Eine weitere Besonderheit ist, dass Johannes drei Hauptbetonungen setzt. Es geht also um drei zentrale Wahrheiten, die er in seinem Evangelium rüberbringen will und transportieren will. Einmal die Gottheit Christi, dass der Christus wirklich Gott ist. Er ist das präexistente Wort Gottes. das griechische Wort dazu ist Logos, ein ganz spezieller jüdischer Begriff, wo ganz viel dahinter steckt. Und dass er auch eine Rolle gespielt hat bei der Weltschöpfung. Also der Christus als der Logos und der wirklich auch Gott ist. Die Gottheit Christi. Dann das andere große Thema im Johannes-Evigium ist die Erlösung durch Jesus Christus. Dass er dafür sorgt, dass Menschen erlöst und gerettet werden können. Und das dritte große Thema, was mit der Erlösung dann auch zusammenhängt, ist, dass man diese Erlösung nur aneignen kann durch den persönlichen Glauben. Also dass der Glaube absolut notwendig ist, um sich die Erlösung anzueignen. In Kapitel 20 des Johannes-Evangeliums finden wir in zwei Versen geballt drei ganz zentrale Begriffe des Evangeliums, da kommt das Begriff Zeichen vor, Leben und Glauben. Diese Begriffe spielen eine große Rolle im Johannes-Evangelium. Die Hauptbotschaft finden wir eigentlich in Johannes 20 Vers 1, wo es heißt, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Also Jesus ist der Messias, der Sohn Gottes. Das ist die Hauptbotschaft. Was auch stark betont wird, und deswegen haben manche einen Johannes-Kommentar sogar mit dem Titel versehen, der Gesandte des Vaters. Dass Jesus vom Vater gesandt wurde und dass er der Gesandte des Vaters ist, das wird so penetrant wiederholt und immer und immer und immer wieder darauf rumgeritten, das ist auch der Letzte kapiert. Dass Jesus nicht in seinem eigenen Namen kommt, sondern dass er vom Vater im Himmel gesandt wurde. Und da muss man wissen, dass es da ein wichtiges jüdisches Prinzip gibt zu diesem Thema Sendung, nämlich das Prinzip lautet, der Gesandte ist wie der Sendende. Also so wie ich dem Gesandten begegne, so begegne ich eigentlich dem Sendenden. Also wenn ich Jesus liebevoll begegne und glaubensvoll begegne, dann begegne ich damit dem, der ihn gesandt hat, nämlich Gott, den Vater, liebevoll und glaubensvoll. Aber wenn ich Jesus feindlich begegne und ihn hasse, ihn ablehne, was im Johannes Evangelium ein starkes Thema ist, dann lehne ich nicht nur Jesus ab, den Gesandten, sondern ich lehne den ab, der ihn gesandt hat, nämlich den Vater. Und das ist eigentlich die große Tragödie, dass die Juden, die an den Vater im Himmel glauben und sein Volk sind, dass sie sich an diesem Gesandten, den der Vater gesandt hat, Jesus, so dermaßen stoßen und gestoßen haben, dass sie ihn nicht erkannt haben, als der er ist, der Messias und der Sohn Gottes und haben ihn verachtet, haben ihn verworfen, haben ihn schließlich umgebracht, die Oberen. Und der Gesandte ist wie der Sendende. Das, was man mit dem Gesandten tut, tut man eigentlich dem Sendenden. Es gibt ein interessantes Beispiel, wo einmal Gesandte von David praktisch völlig misshandelt werden und entehrt werden, man tut ihm die Kleider abschneiden und die Bärde abrasieren und so, schickt es wieder heim zu David und das hat David natürlich überhaupt nicht gefallen, weil es war praktisch eine Ohrfeige gegen David und es hat, glaube ich, dann auch Krieg gegeben gegen den Urheber dieser Demütigung und dieser Entehrung. Also, wie der Gesandte, der Gesandte ist wie der Sendende und so wie man Jesus begegnet, so begegnet er den Parkstehen, der ihn gesandt hat, nämlich Gott. Ein weiteres Thema, das Thema der Errettung zeigt sich vor allem im Prolog, dann also dem Einstieg des Johannes-Evangeliums und in ganz, ganz vielen Versen, die ich hier aufgelistet habe, kann man da sehen, wie das Thema Errettung immer wieder eine Rolle spielt, genauso wie auch die Notwendigkeit des Glaubens ganz häufig betont wird, gibt es viele, viele Stellen, wo das immer wieder durchkommt und auch gleich beim Start des Evangeliums allein viermal im Johannes-Prolog in den ersten 18 Versen wird viermal von der Notwendigkeit des persönlichen Glaubens an Jesus hingewiesen. Dann, eine starke Besonderheit innerlicher Art des Johannes-Evangeliums ist, dass er acht Wunder berichtet. Eigentlich nur acht, die anderen Evangelisten haben durchaus mehr Wunder zu bezeugen, gerade bei den Heilungen und so, aber Johannes berichtet acht Wunder und die nennt er aber nicht Wunder, sondern die nennt er Zeichen. Warum werden sie Zeichen genannt? Weil sie auf etwas hinweisen sollen. Sie lassen nämlich die Gottheit Jesu aufleuchten. Also, dadurch, dass Jesus in seinem eigenen Namen praktisch diese Wunder tut, zeigt er und demonstriert er, dass er Gott ist und seine Identität als Sohn Gottes wird dadurch deutlich. Und dann kann man auch noch schauen, welche Art von Zeichen macht er denn? Da sieht man, dass er in ganz verschiedenen Bereichen da Wunder wirkt und jedes einzelne Wunder gibt einen bestimmten Aspekt von der Sendung, vom Dienst Jesu oder von seinem Wesen wieder und gibt einen gewissen Aufschluss, wer eigentlich Jesus ist. Wir werden das dann noch sehen bei diesen acht Zeichen. Interessant ist, dass der jüdische Historiker Josephus auch den Begriff Zeichen, grüchisch Semaion, verwendet und in einem ganz bestimmten Sinn und das war praktisch im ersten Jahrhundert dann so bekannt, wie Josephus, ein ganz berühmter jüdischer Historiker, das verwendet hat und als Johannessans Evangelium schrieb, da hat dieser Begriff Zeichen schon in gewisser Weise diese Bedeutung. Bei Josephus hat das Wort Zeichen ist ist bei Josephus eine Manifestation der Gegenwart Gottes. Wenn man das als Hintergrund voraussetzt, dass er so bekannt war in der damaligen Gesellschaft und dann schreibt Johannes ein Evangelium und nennt die Wunder Jesu Zeichen. Also im Sinne von Josephus praktisch Manifestationen der Gegenwart Gottes. Da wo Jesus dieses Zeichen wirkt, ist Gott gegenwärtig, nämlich in Jesus Christus. Die Zeichen sollen etwas bewirken, die Zeichen in Ägypten sollten bewirken, dass das Volk zur Erkenntnis geführt wird, dass Gott Jahwe der Herr ist und Gott ist und so sollen auch die Zeichen, die Jesus dann ausübt, das Volk zur Erkenntnis führen, dass Jesus, der diese Zeichen tut, in seinem eigenen Namen diese Zeichen tut, dass Jesus der Herr ist, Gott ist. Neben diesen acht Wundern, die Zeichen genannt werden, haben wir dann noch sieben Ich-Bin-Worte, die einzigartig sind im Johannes-Evangelium und sie knüpfen an, das muss man wissen, bei den Ich-Bin-Worten, das hat einen Hintergrund vom Alten Testament, nämlich als Jahwe, der Gott Israel, sich Mose offenbart und da geht es um die Frage, wie soll ich dich da bekannt machen im Volk, wie heißt du, wie soll ich dich nennen und offenbart sich Jahwe, Gott, als der Ich-Bin, Ich-Bin, der Ich-Bin oder der Seiende, ja, man kann es auch übersetzen, derjenige, als der ich mich erweisen werde, ja, und ein Jude hat es eigentlich sofort verstanden, wenn Jesus sagt, Ich-Bin, hat ein Jude damals sofort diese Anspielung an die Offenbarung, Selbstoffenbarung Jahwes bei Mose gedacht, das hat er verknüpft, das ist ganz klar die Parallele da und damit zeigt sich praktisch Jesus auch als Gott und Messias in diesen Ich-Bin-Worden, so wie Jahwe sich dem Mose mit Ich-Bin, der Seiende, zu erkennen gibt, so gibt Jesus, tritt jetzt auf und sagt Ich-Bin. Der Charakter des Johannes-Evangeliums, der vierte Punkt bei diesem Steckbrief, Die alte Kirche hat klar Kenntnis davon, dass dieses Johannes-Evangelium das letzte der vier kanonischen, also biblischen Evangelien ist und es ist ganz bewusst im Gegensatz zu den ersten drei als ein geistliches Evangelium gekennzeichnet worden, nicht, dass das andere ungeistlich wäre, aber das andere ist eher so, sagen wir mal, materiell, einfach so, die Fakten werden da berichtet, das Leben Jesus, seine Werke, seine Taten und so weiter, aber hier haben wir viel mehr so die geistliche Interpretation, wer ist eigentlich dieser Jesus und die Reden, die er gehalten hat und so weiter, also ein geistliches Evangelium. Rudolf Bultmann, einer der, denke ich, einer der größten Verführer, theologischen Verführer und Irrlehrer des 20. Jahrhunderts, ein gefeierter Theologe natürlich, der viele Anhänger hatte, Bultmann-Schule begründete, aber im sehr vielen Irrte und auch nicht an das stellvertretende Sühneopfer Jesu geglaubt hat, der hat nicht an die Wunder geglaubt, der hat nicht an die leibliche Auferstehung Jesu geglaubt, von daher auch nicht an die Wiederkunft Jesu geglaubt, aber Theologe, ja. Und er hat in der wichtigen Kommentarreihe, der grisch-exegetische Kommentar zum Johannes-Evangelium hat er verfasst und da ist sprachlich sehr viel zu lernen von ihm, aber geistlich, theologisch hat er endliche Böcke geschossen und Bultmann hat das Johannes-Evangelium aufgefasst als eine gnostische Verfälschung des Evangeliums. Das ist der Theologie-Professor Rudolf Bultmann, hat das Johannes-Evangelium als gnostische Verfälschung des Christentums interpretiert, dass also hier diese Leibfeindlichkeit und Jesus, ein nur begabter Mensch und so wurde alles verfälscht und es ist Irrlehre, in manchen Teilen Irrlehre, was wir im Johannes-Evangelium finden, nach Bultmann. Ich hatte dann mal als junger Student eine Vorlesung von Otto Michel beigewohnt, der war judaist und einer der, ein starker Gegner von Bultmann und hat ihm also zeitlebens immer wieder Paroli geboten und er hat auch viele Kommentare geschrieben, aber war judaist und er hat dann mal eine Vorlesung gehalten und er war schon alt, 80 oder so und hat dann in seiner unnachahmlichen Art gesagt, das Johannes-Evangelium ist das jüdischste aller Evangelien. Also es war also echt original der Otto Michel, ich schätze ihn außerordentlich, das jüdischste aller Evangelien und das stimmt. Also keine gnostische Verfälschung des Christentums sondern das jüdischste aller Evangelien und wir sehen das an einer ganz starken Verflechtung zwischen Johannes-Evangelium und dem Alten Testament. Es gibt ein interessantes neuen Bibelkommentar, der jetzt ganz frisch rausgekommen ist, ich glaube vor zwei Monaten oder so, das Neue Testament jüdisch erklärt und das sind 25 oder mehr Autoren, jüdische Autoren, nicht Juden Christen, sondern Juden, die nicht an Jesus glauben, die aus ihrer jüdisch nicht-Jesus-gläubigen Sicht das Neue Testament erklären und das ist hochinteressant. Natürlich kann man nicht mit allem übereinstimmen, was sie sagen, sie erkennen ja Jesus nicht wirklich als Sohn Gottes an, aber sie geben unheimlich viel Hintergrund, wie man das mit jüdischen Augen eigentlich sieht, was in dem Neuen Testament steht und da kann man ganz, ganz viel lernen, haben sehr viele Exkurse, verschiedene Themen, ganz toll aufbereitet, ist natürlich auch viel Bibelkritisches dabei, also es ist durchaus mit großer Vorsicht zu genießen, aber es prüft alles, was gut überhaltet, man kann hier sehr, sehr viel lernen und ich habe auch am Anfang jetzt noch gelernt, was sie zum Johannes-Evangelium schreiben, hier der Autor und habe das hier teilweise mit eingebaut. Also wir haben 16 direkte AT-Zitate im Johannes-Evangelium, das ist relativ wenig eigentlich, nur drei davon aus der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testament, die anderen sind eher eigene Übersetzungen, aber wir haben sehr viele Anspielungen ans Alte Testament, also bestimmt wesentlich mehr als 16 noch Anspielungen, die vom Alten Testament her dann erklärt werden können. Der ganze theologische Hintergrund ist voll das Alte Testament. Auch die Methoden der Bibelauslegung, die Jesus benutzt, in seinen Reden oder wie er auch mit den pharisäeren Schriftgelehrten argumentiert, erinnern an Zeitgenossen, zum Beispiel an Philo von Alexandrian, da gibt es interessante Parallele in der Brotrede von Jesus und was Philo von Alexandrian auch zum Essen des Manna und so weiter sagt und auch mit Josefus gibt es Parallelen und auch wesentliche Parallelen zu den Schriftrollen am Toten Meer. Also Jesus ist da in diesem gleichen theologischen Klima unterwegs und da ist eben sehr viel jüdische Färbung mit drin. Zum Beispiel in den Schriftrollen am Toten Meer, in dieser Gemeinderegel, da ist der Gegensatz zwischen Licht und Finsternis ganz krass, Riesenthema. Und das war Jesus auch ganz krasses Riesenthema, Licht und Finsternis, dieser Dualismus. Dann verwendet Jesus das Johannes Evangelium spricht von Personen, von Motiven und auch Geschichten aus dem Alten Testaments, die aber dann interpretiert werden im Licht des Glaubens an Jesus. Nach jüdischer Überzeugung wird es teilweise falsch interpretiert, aber nach christlicher Überzeugung ist es genau die korrekte Interpretation von diesen altes männlichen Sachen. Aber wir sehen, wie das Alttestament unglaublich im Hintergrund steht und ohne Kenntnis des Alten Testaments tut man vieles überhaupt nicht raffen. Auch zahlreiche Parallelen zu Quellen aus der Zeit des Zweiten Tempels und der Rabbinen sowie Hinweise auf jüdische Praktiken finden sich im Johannes Evangelium. Also es ist das jüdischste aller Evangelien. Das ist bestimmt korrekt. Und je mehr man im Alten Testament auch mit Judentum vertraut ist, desto mehr wird man vieles verstehen, was manchmal ein bisschen geheimnisvoll ist. Auch zum Beispiel wenn wir sehen, bei der Gliederung dann, wie manches einfach von Fest zu Fest, wenn die ganze jüdischen Feste spielen eine Riesenrolle, Jesus taucht immer auf ein Fest auf. Das ganze Johannes Evangelium spielt eigentlich nur hauptsächlich an Festen, jüdischen Festen ab. Oder nach geografischen Gesichtspunkten, da werden ganz klar unterschieden, Samaritaner, Galilea und so weiter, das hat alles in jüdischer Sicht eine ganz große Bedeutung. Galilea der Heiden, da hat man herabgeschaut von Jerusalem aus. Oder Samariter ist man gar nicht durchgelaufen, da will man sich nicht verunreitigen, da will man gar keinen Kontakt haben. und so. Und wenn dann finden im Johannes Evangelium Sachen, was dann in Samarien geschieht, wo ein frommer Jude gar nicht seinen Fuß hingesetzt hätte, sondern lieber 20, 30 Kilometer Umweg macht, damit er da nicht durchlaufen muss, aber Jesus hat dann in Samaria bestimmte Dinge zu tun, die er tun muss und tun will, dann ist es auch vom jüdischen Hintergrund nochmal eine ganz andere Geschichte. Es ist nicht nur Samaria, sondern es ist das Gebiet, wo der Jude normalerweise nicht hingeht. Okay, mit Sicherheit ist es das jüdische Evangelium, aber in diesem Kommentar, das Neue Testament erklärt aus jüdischer Sicht, wird auch gesagt, und es ist interessant, wie Juden das empfinden, wird gesagt, es ist das anti-jüdischste der Evangelien. Also es ist ein ganz starkes Kontrastprogramm zu den Juden und die Juden kommen ganz, ganz schlecht weg im Johannes-Evangelium. Man könnte fast meinen, der Verfasser ist ein erklärter Erzfeind der Juden, die Juden sollten in die Tonne hauen, richtig schlecht machen. Und sie sagen, das stimmt ja auch nicht und das wehren sich dagegen, wäre unberechtigt und das könnte man alles nicht so sagen, was wir da im Johannes-Evangelium lesen, das ist also völlig unberechtigt, das Juden war viel toleranter, hätte niemanden aus der Synagoge ausgeschlossen, nur weil er an Jesus glaubt und so. Also die wehren sich dagegen, fühlen sich total angepisst, praktisch auf Deutsch gesagt, durch das Johannes-Evangelium, weil sie da so schlecht wegkommen. Ich lese mal was vor, wie Juden das empfinden. Die Juden, nach der Darstellung des Johannes-Evangeliums, sind die Erzfeinde Jesu und seine Jünger. Sie sind blind gegenüber der Wahrheit, verfolgen Jesus unnachgiebig und sind federführend in der Planung seines Todes. Wie sie sich gegenüber Jesus verhalten und wie sie dabei versagen, an ihn zu glauben, zeigt, dass sie ihr Bundesverhältnis mit dem Gott Israels aufgekündigt haben und stattdessen Kinder des Teufels sind. Schon harter Tobak, ja? Also, dass man da nicht so begeistert ist vom Johannes-Evangelium als Jude, kann man sich vorstellen. Das Problem ist nur, diese Beobachtungen sind völlig korrekt. Das ist so. Und das war auch so zur Zeit Jesu. Das Johannes-Evangelium bezeugt es ganz klar, dass es eine unglaubliche Feindschaft war zwischen den Juden und Jesus. Und das kommt in keinem Evangelium so krass rüber, wie im Johannes-Evangelium. Ein letztes noch zu dem Charakter des Johannes-Evangeliums. Heute ist es so, wenn einer nicht Christ ist und keine Ahnung hat vom Neuen Testament und so und er kommt jetzt zum Glauben oder interessiert sich für den Glauben, dann drückt man ihm oft einfach das Johannes-Evangelium in die Hand, als das Erste und sagt, lies mal das. Und habe ich früher auch gemacht, Johannes-Evangelium verteilt und so, es gibt da Leute, die haben dann Millionen von Johannes-Evangelium gesponsert, die dann weltweit verteilt werden und so. Also irgendwie ist Johannes-Evangelium irgendwie erste Wahl und zwar hauptsächlich wegen des stark evangelistischen Ansatzes, was dieses Evangelium hat. Obwohl es eigentlich schwierig ist, extrem viel jüdischen Hintergrund hat und auch durch dieses geistliche Evangelium, diese Reden eigentlich sehr tief ist und fast eine Überforderung für manche, die jetzt überhaupt keinen Hintergrund haben. Von daher ich würde eher empfehlen, erst mal vielleicht das Markus-Evangelium zu lesen, um einen Überblick zu bekommen über das Leben. Aber viele Christen empfehlen das Johannes-Evangelium wegen seinem evangelistischen Ansatz, den es zweifellos hat, es wird die erste Wahl, wenn du ein Evangelium liest, liest das Johannes-Evangelium. In der alten Kirche war das überhaupt nicht so. In der alten Kirche mit weitem Abstand wurde gesagt, das wichtigste Evangelium, was du lesen musst, ist das Matthäus-Evangelium. Also es ist interessant, wie die Zeiten sich ein bisschen ändern. Noch besondere Probleme, dann sind wir gleich durch mit dem Steckbrief. Es gibt gewisse Probleme bei der Chronologie, vor allem im Blick auf den Zeitpunkt des letzten Passamals. Da scheint es Widersprüche zu geben zwischen den anderen Evangelien, wann das Passamal gefeiert wird und wann genau die Kreuzigung war, an welchem Tag und so weiter. Und der Lösungsansatz, wo man scheinbaren Widersprüche auflösen kann, ist, dass es in der Tat unterschiedliche Kalendersysteme gab innerhalb Israels. Und zwar haben die in Süd-Israel, also Jerusalem und auch weiter südlich, hat man den Tag gerechnet von Sonnenuntergang bis zum nächsten Sonnenuntergang. Das kommt von der Schöpfung her, es wird Abend, es wird Morgen, ein erster Tag. Also Tagesbeginn ist in Süd-Israel für die Leute völlig selbstverständlich der Sonnenuntergang. Damit beginnt der neue Tag. Aber in Nordisrael, vor allem in Galiläa, wo Jesus ja auch aufgewachsen war, beziehungsweise dann auch sehr wirksam war, da hat Jesus, da hat man den Tagesbeginn mit Sonnenaufgang gerechnet, von Sonnenaufgang bis zu Sonnenaufgang. Und von daher kann man sich je nach Tagesuhrzeit in einem einen Tag oder einem anderen Tag befinden. Das sind so Feinheiten, die man natürlich nicht weiß, oder wo soll man sowas wissen, dass die da verschiedene Kalender hatten, und verschiedene Verständnisse, wann der Tag beginnt und endet. Also diese chronologischen Probleme im Blick auf das Passamahl zum Beispiel, lassen sich auf diese Weise dann auch klären. Es gibt auch chronologische Probleme, dass man die Wirkungszeit Jesu nach den anderen Evangelien denkt, man, naja, vielleicht so ein gutes Jahr war er unterwegs, aber wenn man das Johannes-Evangelium liest, dann sieht man, dass er mindestens an drei verschiedenen Passa in Jerusalem war, also mindestens drei Jahre oder dreieinhalb Jahre Wirksamkeit hatte. Also die Chronologie klärt sich, ist ein bisschen herausfordernd, das so auf die Reihe zu kriegen, aber es geht. Manche werfen im Johannes-Evangelium vor, dass es völlig intolerant ist und diesen exklusiven Wahrheitsanspruch seiner Botschaft behauptet, darauf beharrt und das wäre praktisch No-Go heutzutage, völlig politisch inkorrekt, so die absolute Wahrheit, es gibt keine absolute Wahrheit, wir leben ja schließlich im Postmodernismus, aber das ist tatsächlich so, was hier als Problem angesehen wird, ist einfach nur die Wahrheit und die Tatsache, dass es einfach dieses Entweder-Oder-Nur gibt und dass Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich, nicht durch Buddha, nicht durch Mohammed oder sonst was, nur durch mich. Also diese Intoleranz an dieser Stelle ist absolut beabsichtigt und geht auch nicht anders, weil die Wahrheit ist unteilbar und damit muss man praktisch leben. Und man kann gut damit leben, weil die Wahrheit wird sich durchsetzen und am Ende Sieg haben. Ein letztes Problem noch ist, dass es an zwei Abschnitten Fragen gibt, ob das wirklich ursprünglich zur Bibel, zur Handelsheber eigentlich ursprünglich dazugehört. Die Erzählung von der Ehebrecherin wird von manchen als späterer Nachtrag oder Einschub angesehen, nicht ursprünglich vom Verfasser Johannes. Es gibt dann verschiedene Begründungen dafür und Gegenargumente, nur dass man es mal gehört hat, das ist eine Geschichte, die umstritten ist, ob die wirklich ursprünglich ist. Ich persönlich halte sie für ursprünglich, aber manche sind da anderer Ansicht. Und dann gibt es das Gleiche mit Johannes Kapitel 21, weil es ein bisschen anders ist vom Stil her und auch vom Charakter her, denken manche, das wäre ein späterer Nachtrag, der irgendwann später dazugekommen ist. Und auch nicht ursprünglich. Auch hier denke ich, dass es falsch ist, dass man es durchaus als Original lesen kann und lesen sollte, aber dass man einfach mal weiß, diese zwei Texte werden diskutiert. So, jetzt schauen wir uns mal die Grobgliederung an. Genau. Jetzt kommen wir zur Grobgliederung. der Johannes Evangelium hat eine sehr klare Gliederung eigentlich. Und die habe ich jetzt bei in der Bibel von John MacArthur gefunden, wo ich mich recht gut fand, diese Gliederung, auch was die Feingliederung betrifft, folge ich eben da ziemlich stark, jetzt auch in diesen Ausführungen und fand das sehr gut. Ich habe dann mal die Verse ausgerechnet, wie viele Verse das dann jeweils hat und wie viel Prozent eigentlich das dann am Gesamtevangelium ist. Also wir haben einen Prolog und einen Epilog, also ein Einstieg mit 18 Versen, die ersten 18 Verse ist der Prolog, hier geht es um die Menschwerdung des Sohnes Gottes, als Einstieg in das ganze Evangelium, wir werden das dann genauer anschauen, aber vom Umfang sind es nur 2% des ganzen Evangeliums, 18 Verse. Und dann gibt es ein Epilog, ganz am Ende, so ein Schlusswort, zwei Verse nur, die Fülle der Worte und Taten des Sohnes Gottes, dass alle Bücher der Welt es nicht fassen würden, wenn man es aufschreiben wollte, zwei Verse nur, 0,2%. Also einen schmalen Rand, oben und unten einen ganz schmalen Rand als quasi Einbettung des Johannes-Evangeliums und dazwischen sind fünf Hauptklärungspunkte, aber unterschiedliche Länge und Gewichtung. Es beginnt sehr einfach von Kapitel 1, Vers 19, also unmittelbar an den Prolog angeschlossen, bis zum Ende von Kapitel 4 haben wir dann die Vorstellung des Sohnes Gottes. Wir werden dann abschnittsweise durch das Johannes-Evangelium einfach mal durchmarschieren, kurz und sehen, was da jeweils dann so inhaltlich kommt. Da wird der Sohn Gottes vorgestellt durch verschiedene Personen und so weiter. 17% Umfang von den Versen her, 17% Umfang des Evangeliums. Dann der nächste Punkt ist der große zentrale Block mit 48% des Evangeliums. Also fast die Hälfte ist der dritte Punkt hier, Widerstand. Der Widerstand gegen den Sohn Gottes. Deswegen, wo auch dann diese Judenfeindschaft so rüberkommt, weshalb die Juden sich heute so aufregen, dass der Johannes-Evangelium so anti-jüdisch wäre. Der Widerstand gegen den Sohn Gottes, der ganz, ganz vielfältig ist, wir werden es dann sehen, und Jesus hatte überhaupt keinen leichten Stand, weil er unglaublich viel Widerstand bekommen hat. Aber auch dieser Abschnitt ist inhaltlich gesehen nicht so schwierig. Also kann man noch gut verstehen. Ich finde eigentlich den schwierigsten, inhaltlich den anspruchsvollsten Bereich, eigentlich dann den nächsten Punkt, die Vorbereitung der Jünger. Da haben wir praktisch wie so einen Schnitt im Evangelium und es schwenkt jetzt um von diesem Widerstand durch das Volk und die religiösen Führer und so, kommt es dann, wo Jesus kurz vor seinem Tod sich mit den Jüngern zusammenbegibt, sehr viel Zeit, also einige Stunden Zeit mit ihnen verbringt und sie lehrt. Und da haben wir fünf Kapitel, die sogenannten Abschiedsreden Jesu und das ist Kapitel 13 bis 17. Der Widerstand war Kapitel 5 bis Kapitel 12, 48 Prozent. Jetzt haben wir Kapitel 13 bis Kapitel 17 sind 182 Verse, 21 Prozent des Evangeliums und das ist eigentlich so geistlich, hat ganz, ganz große Tiefe, was da hier kommt, diese Jüngervorbereitung, weil Jesus muss seine Jünger auf zwei Dinge vorbereiten, einmal auf seine Kreuzigung, sein Tod und dann muss er sie vorbereiten, dass er dann aufersteht und zum Vater geht, sein Weggang, sein Abgang und beides braucht Vorbereitung und man muss auch sagen, die Jünger waren zu dem Zeitpunkt noch ziemlich in vielerlei Hinsicht ahnungslos oder schwer von Kapitel, wie wir auch sehen werden. Dann wieder ein leichterer Bereich ist der fünfte, die Tötung des Sohnes Gottes, geht es um Gefangennahme, Verhöre und dann auch Ermordung oder Tötung, Kreuzigung, neun Prozent vom Stoffumfang, und dann die Auferstehungsgeschichten, die Auferstehung sechs Prozent, 54 Verse insgesamt und dann dieser ganz kurze Epilog. Genau, jetzt wollen wir mal im Schnellverfahren natürlich durch diese einzelnen sieben Punkte, vor allem die ersten sechs, mal durchmarschieren und hören, was da inhaltlich so abgeht. Der Johannesprolog, die ersten 18 Verse, in dieser Einführung des Evangeliums wird praktisch ein riesiger Bogen gespannt von der Ewigkeit bis zu dem Leser von heute. Also ein riesen Bogen wird gespannt, die Präexistenz Christi, dann die Menschwerdung Christi und dann die Frage, ob man diesen Jesus glaubt oder nicht glaubt und das ist bis zum heutigen Tag die entscheidende Frage im Leben jedes Menschen. Und zum Zweiten ist dieser Johannesprolog auch ein faszinierender Blumenstrauß von theologischen Stichworten oder Schlagworten, die dann im weiteren Verlauf des Evangeliums eine Rolle spielen. Und ich will mal kurz zeigen, was inhaltlich einem da begegnet, kann man ganz kurz mal so runterfahren, Vers für Vers. Es beginnt mit der Präexistenz und der Gottheit des Logos. Und der Aufenthaltsort des Logos war im Schoß des Vaters, in der Ewigkeit, in der himmlischen Herrlichkeit beim Vater. Und dieser Logos war, dieses Wort Gottes, Logos, war auch beteiligt bei der Weltschöpfung. Also, dass er eigentlich der Mittler war, durch den Gott die Welt geschaffen hat, durch das Wort hat er es geschafft, durch den Logos, durch Christus. Und dieser Logos ist Leben und er ist auch Licht. Aber, und das ist die große Tragik, dann kommt dieses, der Logos wird Mensch und die Menschen, die eigentlich durch ihn geschaffen worden sind, die lehnen ihn als Licht ab. Das ist die große Tragik. also er erleuchtet eigentlich jeden Menschen, der in die Welt kommt, aber die Menschen mehrheitlich lehnen das Licht ab. Dann geht es im Prolog weiter zum Johannes. Johannes war ein Gesandter Gottes und er war der letzte Prophet des alten Bundes, allerdings, das muss man wissen, nach 400 Jahren Sendepause. Also es ist 400 Jahre her, dass ein Prophet in Israel aufgestanden war, nämlich Malachi, etwa 400 vor Christus. Und nach 400 Jahren Sendepause, wo die Juden wussten, es ist eine prophetenlose Zeit, Gott hat keinen Propheten mehr geschickt. Seit der Zeit, da kein Prophet mehr aufgestanden ist in Israel, so wird diese Zeit charakterisiert von den Juden. Und plötzlich taucht Johannes auf, vom Outfit her schon wie ein Prophet, ähnlich wie Elia und so, und hält Bußpredigt und so weiter in der Wüste und ist Anführer quasi von einer geistlichen Erneuerung, Erweckungsbewegung. Und der Inhalt und Zweck seines Zeugnisses wird in Vers 7 und 8 genannt, da heißt es, er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, nämlich auf Jesus, auf den Logos, der das Licht ist. Alle sollten durch ihn daran glauben, an dieses Licht glauben. Er war nicht selbst das Licht, was man vielleicht denken könnte, weil er ein toller Prediger war, Er sollte nur darauf hinweisen. Also er war der Wegbereiter des menschgewordenen Gottessohnes. Dann kommt das Kommen des Logos und die Reaktion der Menschen in den Versen 9 bis 14 von diesem Prolog. Er kommt als Licht und Schöpfer für alle, aber er wird abgelehnt durch die Welt und auch durch die Juden. Vers 10 und 11 sehen wir diese Ablehnung. Er kam in sein Eigentum, in das jüdische Volk, das ihm gehört, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das ist die negative Seite. Aber es sind nicht alle, die nichts von ihm wissen wollen. Es gibt einige, die wollen doch was von ihm wissen. Vers 12 Doch allen, die in Aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dieser Spruch, wir sind alle Gottes Kinder, ist einfach falsch. Wir sind nicht alle Gottes Kinder, wir sind alle Gottes Geschöpfe, aber Gottes Kind wird man, indem man an Jesus Christus glaubt. Nur dadurch wird man zum Kind Gottes. Und dann wird noch etwas gesagt zu diesem Kind Gottes. Diese Aufnahme geschieht durch Glauben und es hat etwas zu tun mit einer Zeugung aus Gott oder Neuschöpfung aus Gott. In Vers 13 heißt es, sie, also diese Kinder Gottes, die, die Jesus aufnahmen, die an seinen Namen glauben, sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung durch menschliches Wollen oder den Schluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Von Gott geboren. Also nicht durch natürliche Geburt bekommt man das mit, sondern Kind Gottes wird man durch eine Zeugung durch Gott. Das, was die Bibel dann auch Wiedergeburt nennt, wir kommen in Kapitel 3 nochmal drauf. Dann sein Kommen als Mensch und Sohn Gottes in Vers 14 vom Prolog, er, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Der, der vor aller Zeit, vor der Schöpfung schon bei Gott war, bei der Schöpfung mitgewirkt hat, der wird Mensch und kommt auf die Erde. Das ist die große Sensation, eines der größten Wunder überhaupt. haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Diese bundestreue Gottes und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Also, das ist dann die Gnade und Herrlichkeit, die man dann sieht. Dann hat Johannes der Täufer Zeugnis abgelegt von Jesus und auch, dass er präexistent ist, denn er hat gesagt, er war vor mir, er war vor mir, er existierte schon, bevor ich existierte. Und dann kommt noch das Zeugnis des Apostels Johannes, in Vers 16 bis 18, wir alle haben aus seinem unendlichen Reichtum Gnade und immer wieder Gnade empfangen. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, alter Bund, Gesetz, da musste was tun. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Gnade, Vergebung, dass Gott geschenkt bekommt, was wir eigentlich tun sollen. Wenn es uns den Geist gibt und all diese Dinge, Gnade und Wahrheit sind zu uns gekommen. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott gegeben oder hat uns Gott geoffenbart. Wir wissen wollen, wer und wie Gott ist. Jesus ist der absolut Zuständige dafür, der uns das sagen kann, denn er war an der Seite des Vaters. Das ist der Prolog. Dann kommt die Vorstellung des Sohnes Gottes, Vers 1, 19 bis Ende von Kapitel 4 und das ist nach Personen geordnet und nach geografischen Räumen geordnet, wie wir gleich sehen werden. Es ist sehr leicht verständlich, ich kann es ganz kurz machen, weil ich dann lieber andere Schwerpunkte setzen möchte. Also, der Sohn Gottes wird jetzt durch verschiedene Personen einfach vorgestellt und immer wieder andere Aspekte von Jesus werden vorgestellt. Zum Beispiel durch Johannes den Täufer, Kapitel 1, Vers 19 bis 34 16 Verse, da sind die religiösen Führer bei Johannes den Täufer und dann sieht er Jesus und sagt siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Also Jesus wird vorgestellt von Johannes vor den Augen der religiösen Führer, dass Jesus das Lamm Gottes ist, welches die Sünde der Welt trägt. Oder bei der Taufe Jesu erfahren wir dann, dass Gott mit Johannes abgesprochen hat vorher, und zwar da, wo er sieht, dass bei der Taufe, er hat viele Leute getauft, wo dann der Geist Gottes herabkommt, wie eine Taube, dass das das Erkennungsmerkmal ist für die Person, die mit Heiligem Geist taufen wird. Also Jesus ist der, der mit Heiligem Geist tauft. So wird uns Jesus vorgestellt bei der Taufe des Johannes, als Johannes den Jesus dann tauft. Also das ist die Vorstellung durch Johannes, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, und es ist derjenige, der mit Heiligem Geist tauft, schon mal sehr wichtige Information. Dann vor den Johannesjüngern, dann hat Jesus Kontakt mit einzelnen Johannesjüngern, die vorher eben bei dieser Erweckungsbewegung von Johannes mitgelaufen sind, und da sagt Andreas und Petrus einer dem anderen, wir haben den Messias gesehen, haben den Messias gefunden, also Jesus der Messias. Und bei Philippus und Nathaniel, da wird dann darauf hingewiesen, dass so wie die Himmelsleiter damals bei Jakob, wo die Engel rauf und runter gegangen sind, dass jetzt Jesus der Stützpunkt auf Erden ist, wo die Verbindung ist zwischen Himmel und Erde, wo die Engel zu Jesus auf und ab steigen. Also Jesus ist der Verbindungspunkt zwischen Himmel und der Erde. Das sind alles ganz wichtige Informationen, wie Jesus vorgestellt wird. Dann in Galiläa, Galiläa der Heiden, was ein bisschen verächtlich angesehen wurde seitens der Juden, und da macht Jesus ein erstes Zeichen bei einer Hochzeit. Diese Verwandlung von Wasser in Wein, kennen wir alle. Interessant ist, dass die Leute schon ein bisschen betrunken waren, und trotzdem vermehrt Jesus noch das Wasser in Wein, weil es ausgegangen ist, und der Wein ist sogar noch besser, als der, der schon ausgeschenkt worden war. Also nicht nur, dass er Wein macht, sondern auch noch wirklich guten, exzellenten Wein. Also Jesus hat nichts gegen Freude und Feiern und auch nichts gegen Alkohol grundsätzlich, sondern er macht hier dieses erste Zeichen, indem er Wasser in sehr guten Wein verwandelt, um eine Hochzeitsfeier einfach, dass sie einen weiteren guten Verlauf nimmt und nicht irgendwie ausgebremst wird durch Mangel an Wein. Und das ist Qualitätswunder. Das zeigt, dass Jesus die Qualität hat, also aus etwas ganz stinknormalen, etwas ganz Hochwertiges zu machen, also aus Wasser sehr guten Wein zu machen. Das ist das, was Jesus kann. Er kann Qualität extrem steigern, ein erstes Qualitätswunder. Und das ist ein Wunder, was noch nie ein Mensch gemacht hat. Und es heißt dann, dass die Jünger an ihn glaubten und er offenbarte seine Herrlichkeit dadurch. Aber es haben nicht die Hochzeitsgäste mitgekriegt, die haben sich einfach nur gefreut, dass da ein bisschen mehr Wein da ist, aber die Jünger haben es gecheckt und haben gesehen, wow, unser Jesus, den wir da folgen, was der drauf hat. Erstes Zeichen. Dann kommen wir nach Judäa, in Kapitel 2, Vers 13, bis am Ende von Kapitel 3 und da tritt Jesus auf, indem er den Tempel reinigt. Und da erinnern sich die Jünger später, dass es in der Bibel, in der Schrift heißt, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Also Jesus ist der, der um das Haus Gottes eifert und es einfach hasst, dass aus diesem Haus Gottes, aus dem Bethaus ist, so eine Räuberhöhle gemacht wird und ein Kaufhaus und Markt und Geldmachgebäude gemacht wird. Das hat ihm gar nicht gefallen und hat die da rausgeschmissen. Dann haben wir in Judäa eine hochinteressante Begegnung zwischen Jesus und einem interessierten Theologen, also einen Rabbiner, den Nikodemus, ein Gelehrter, ein Oberer in der Juden und dort kommen sie in ein total interessantes Gespräch über die Rettung. Einer der führenden Juden, ein Pharisäer namens Nikodemus kam eines Nachts zu Jesus, also ein bisschen heimlich, er will nicht gesehen werden, aber will sich mit Jesus unterreden, er will einfach von ihm was selber hören und erfahren. Rabbi sagte er, wir alle wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat. Er kennt ihn als von Gott gesandt an. Warum? Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Also er hat es genau gecheckt, was die Wunder bewirken wollen, dass man sieht, Gott ist mit diesem Jesus. Ich versichere dir, erwidert Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Man muss von Neuem geboren werden. Das sagt es diesem theologischen Rabbiner, also diesem Theologen, du musst von Neuem geboren werden, auch du. Deine ganze Theologie hilft dir nichts, du brauchst eine neue Geburt. Und dann steht der Nikodemus eigentlich auf dem Schlauch und sagt, was meinst du damit, wie kann das gehen? Und sagt, wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist? Wann der Nikodemus ein, er kann doch nicht wieder in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Also neue leibliche Geburt durch den Mutterleib und so. Natürlich Unsinn, das hat Jesus gemeint. Ja, ich versichere dir wieder Jesus und bestätige es nochmal. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Das ist ein absolutes No-Go. Du kannst nicht ins Reich Gottes kommen, es sei denn, du wirst aus Wasser und Geist geboren. Von daher ist es extrem wichtig zu wissen, was ist das, diese Geburt aus Wasser und Geist? Und habe ich die schon? Bin ich schon wiedergeboren? Also ich selbst war christlich religiös, ich war in der Kirche engagiert, aber ich war noch nicht wiedergeboren. Ja, das gibt's, man kann toller Mitarbeiter in der Kirche sein, aber noch nicht wiedergeboren sein. Aber wie wird man wiedergeboren? Aus Wasser und Geist. Und da gibt's jetzt fünf Meinungen dazu. Und zwei sind akzeptabel, vielleicht auch drei, und zwei sind völliger Unsinn, aber die sind die, die am meisten geglaubt werden. Also die erste Frage ist, wenn Jesus vom Wasser spricht, meint er wirklich H2O, also Wasser. Und dann gibt's drei Möglichkeiten, wenn er wirklich Wasser meint. Das eine ist, dass sie sagen, Wasser ist ein Bild für die natürliche Geburt. Denn wenn die Fruchtblase platzt, kommt da Wasser raus. Und so ist dieses Aus Wasser und Geist meint die natürliche Geburt plus die geistliche Geburt, eben die Wiedergeburt. Das ist das, was Jesus sagen will. Es muss zweimal geboren werden, natürlich, aus Wasser und Geist. Das ist durchaus akzeptabel. Vielleicht nicht das Beste, aber akzeptabel. Die andere ist, sie bringen das mit irgendeiner Taufe in Verbindung und sagen, es ist die Taufe des Johannes. Weil die Johannistaufe steht ja für Buße. Also Jesus will sagen, du musst geboren werden aus Buße und Geist. Dann kann es ins Reich Gottes kommen. Andere wieder, die interpretieren dann hier die christliche Taufe rein. Obwohl Jesus gegenüber Nikodemus gar nicht von der christlichen Taufe hat sprechen können, denn es gab noch keine Gemeinde Jesu gab noch keine christliche Taufe. Völliger Unsinn. Aber das ist das, was in den Großkirchen normalerweise angesehen wird, durch Taufe und den Geist. Und deswegen wird dann auch diese Tauf-Wiedergeburtslehre, dass man in der Taufe, in der Säuglingstaufe wiedergeboren wird. Das ist die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche, auch die offizielle Lehre der lutherischen Kirche. Und dass den Kindern zugesagt wird, Säuglingen, jetzt bist du ein Glied am Leib Jesu, durch die Taufe. Du bist jetzt ein Christ, du bist jetzt ein Kind Gottes, wird gesagt. Aber das ist nicht korrekt, denn es braucht den persönlichen Glauben. Manche sehen das dann nur so als einen Scheck, der dann durch den persönlichen Glauben eingelöst werden muss. Aber Jesus meint hier sicherlich nicht die christliche Taufe und schon gar nicht die christliche Taufe von Säuglingen. Also was eine Möglichkeit ist, neben Wasser als H2O, also als buchstäbliches Wasser zu sehen oder als Bild eben für die Johannistaufe oder für die christliche Taufe, Wasser als ein Symbol zu nehmen für entweder das Wort Gottes oder als Symbol zu nehmen für den Geist Gottes. Beides ist möglich, auch biblisch bezeugt, das Wort als Wasser, Wasserbad im Wort und so oder Ströme lebendigen Wassers werden fließen, sagt er in Kapitel 8, meint er aber von dem Geist, kommen wird und so. Also Wasser kann tatsächlich als ein Bildwort sein für Geist oder ein Bildwort für das Wort Gottes. Und es heißt ja auch im Petrusbrief glaube ich, dass wir wiedergeboren wurden nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist definitiv notwendig, um wiedergeboren zu werden. Es ist bloß die Frage, ob Jesus hier meint, aus Wasser spricht, aus dem Wort Gottes und dem Geist. Das ist möglich, theologisch auf jeden Fall korrekt, die Frage nur, ob Jesus das hier wirklich meinte. Oder ob es vielleicht noch besser ist, zu sagen, Wasser ist hier ein Bildwort für den Geist Gottes, weil es auch an anderen Stellen im Johannes Evangelium ein Bildwort für den Geist Gottes ist. Dann würde Jesus sagen, es sei jetzt wird jemand wiedergeboren aus Wasser, nämlich aus Geist, aus dem Heiligen Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und das scheint durchaus die beste Lösung hier zu sein, weil im weiteren Verlauf spricht Jesus nicht mehr von der Geburt aus dem Wasser, sondern nur von der Geburt aus dem Geist. Und das ist dann sehr interessant, als es nur noch um den Geist Gottes geht. Glauben an Jesus. Dann kommen wir nach Samaria, auch hier Vorstellung des Sohnes Gottes in Samaria, da haben wir das Zeugnis von der samaritanischen Frau, und da stellt sich Jesus vor als der, der das lebendige Wasser gibt, und gibt sich dann ihr auch als Messias zu erkennen. Dann haben wir das Zeugnis vor den Jüngern, dass er einfach immer beschäftigt ist, die Werke Gottes zu wirken, dass Essen gar nicht so wichtig ist, wichtig ist, dass er es tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Das Feld ist weiß zur Ernte, es fehlt aber am Arbeiter, deswegen soll man Gott bitten um Arbeiter für die Ernte. Und dann wird Jesus aufgrund des Zeugnisses von der Samariterin eingeladen, von den Samaritern, auf die die Juden total herabschauten, weil die ja praktisch falschgläubig sind. Die glauben verschiedene Dinge ganz anders als die Juden, und die Samariter sind gar keine echten richtigen Juden, und ist praktisch eine Konkurrenzveranstaltung und die haben auch ein Konkurrenzheiligtum, nämlich auf dem Berg Garizim haben die ihr Heiligtum, nicht in Jerusalem im Tempel und so, und von daher sind die sehr verachtet und ein Jude, ein frommer Jude, der was auf sich hält, hat keine Gemeinschaft, keinen Kontakt mit Samaritern. Aber Jesus geht genau dahin, trifft sich am Brunnen mit dieser Frau, dass ein Rabbiner oder ein Mann eine Frau anspricht, ist schon ganz ungewöhnlich und unnormal in der damaligen Gesellschaft, dann ist es noch eine Frau, die ja viele Männerprobleme hat, mit vielen Männern dann schon zusammen war, also eine ehebrecherische Frau sozusagen und jetzt hat sie wieder einen, aber mit dem ist er gar nicht verheiratet, also ein uneheliches Verhältnis und er sagt das alles auf den Kopf zu, erkennt sie, dass er ein Prophet ist, man vermutet, er ist vielleicht sogar der Messias und dann kommen dann die Leute aus der Stadt und wir sehen, dass sie ihn mit offenen Händen und Herzen aufnehmen. Die Samariter, die Verachteten, die Falschgläubigen, die gar nicht ernst genommen werden von den Juden, religiös absolut daneben liegen nach ihrer Sicht, was ja auch durchaus stimmt, dass sie falsch liegen an vielen Stellen, aber dort findet Jesu eine richtig starke Aufnahme, hochinteressant und Johannes spricht um das. Dann in Galiläa, Galiläa wird auch ein bisschen herabgeschaut, weil das ist so ein Land, wo Juden und auch viele Nichtjuden leben, Heiden leben und von da ist das Land eigentlich schon ein bisschen verunreinigt. Also wer ein richtig frommer Jude sein will, der lebt nie, nicht in Galiläa, Samaria schon gar nicht, der lebt in Judäa, in Jerusalem am besten, da kann man fromm und rein leben, aber nicht in Galiläa der Heiden. Aber Jesus ist genau da unterwegs und da wird er auch aufgenommen. Also die Samaritaner nehmen Jesus auf, die Galiläer nehmen Jesus auf, aber was ist mit den Juden, mit den eigentlich religiösen Juden in Jerusalem und Judäa? Da ist es ein bisschen mau. Und dort macht Jesus auch ein zweites Zeichen in Galiläa und zwar er heilt den Sohn eines königlichen Beamten. Also und es ist eine Fernheilung, ohne dass er da wirklich genau hingeht, sondern auf Distanz, ein Heilungswunder und das zeigt diesen enormen Glauben, dieser königliche Beamte, der sagt, brauchst du nur ein Wort zu sagen, dann geschieht das Wunder und ein Glauben, den er eigentlich so nicht gefunden hat in Judäa bisher. Dann kommen wir zu dem dritten Block Widerstand, diese 48 Prozent, fast die Hälfte des Evangeliums befasst sich mit diesem Widerstand und das geht also eigentlich fast so kapitelweise immer von einem Fest zum anderen. Kapitel 5 während des Festes in Jerusalem, Kapitel 6 beim Faserfest, Kapitel 7 beim Laubhütfest, Kapitel 10 dann Fest der Tempelweihe und dann nochmal nach Bethanien und nochmal nach Jerusalem zurück. Also es geht so den Festen entlang, Jesus immer auf dem Fest, weil da ganz viele Juden zusammenkommen und was geschieht da? Und das Hauptthema in diesem Kapitel 5 bis 12 des Johannes Evangelium ist, dass er da in Judäa, in Jerusalem, bei diesen Festen, religiösen Festen, dass Jesus da den allermeisten Widerstand entgegengebracht wird. Zum Beispiel haben wir dort, es beginnt dann diese Blitzheilung eines Gelähmten, der 38 Jahre lang gelähmt war und der schlagartig geheilt wurde und dann rumspringt und es überall erzählt, dass Jesus ihn geheilt hat. Und das hat natürlich viel Eindruck gemacht und die Menschen aufgewühlt und gedacht, was ist da los, ist der Messias da oder so, wer ist dieser Jesus, hat er dieses Heilungswunder gemacht, aber die jüdischen Religionsführer, die wollen das gar nicht wahrhaben und lehnen das ab und glauben nicht, dass Jesus irgendeine besondere Bedeutung hat, obwohl dieses Wunder eigentlich nicht zu leugnen ist, aber sie wollen es nicht wahrhaben und sie verwerfen Jesus. Die jüdischen Religionsführer hat ihre Reaktion auf dieses Heilungswunder, dieses dritte Zeichen von Jesus, was die Gegenwart Gottes offenbart praktisch, sie nehmen es nicht an, aber der Gelähmte selbst, er nimmt es an. Ein armer Tropf, totaler Außenseiter, der am Rand der Gesellschaft lebt, wenn sie 38 Jahre krank bist, gelähmt ist und da ich Bethesda sitze und warte, dass da der Engel kommt, das Wasser berührt, dass du vielleicht eine Heilungschance hast, 38 Jahre, da ist jemand, der spielt in der Gesellschaft überhaupt keine Rolle, wird überhaupt nicht beachtet, aber er hat Jesus aufgenommen und die Regionsoberen haben ihn verworfen. Dann beim Passerfest macht Jesus ein weiteres Zeichen, das vierte Zeichen, die Speisung der 5000, da geht es um Quantität, ein ein paar Broten und Fischen, dann ein fünftes Zeichen, das er nur seinen Jüngern zeigt, wo er auf dem Wasser wandelt, ein Naturwunder, was auch zeigt, dass er absolut übermenschliche Fähigkeiten hat und da schließt sich dann am nächsten Tag in Kapernaum, in der Synagoge, also bei den Juden, eine lange Diskussion an, wo er eine Brotrede hält und eigentlich dieses vierte Zeichen mit dieser Speisung der 5000 auslegt und auswertet und da kommt auch dann dieses erste Ich-Bin-Wort, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wird dreimal genannt in Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens, es geht gar nicht um diese Brotvermehrung, weil ein Hinweis darauf, dass Jesus das Brot des Lebens ist und wir sehen dann, dass diese Rede, die er dann hält, wo er ihnen auch den Unglauben vorwirft und die wollen ihn dann nur zum König machen, weil er das Brot vermehrt hat, aber die haben gar nicht kapiert, wer er ist, was dieses Wunder bedeuten soll. Und dann kommt es zur Scheidung, zur Scheidung im Jüngerkreis. Also Tausende von Nachfolgern, die da waren, wo Jesus war und hingepilgert sind zu ihm, weil sie ihn hören wollten, plötzlich haben die das Interesse verloren. Das, was er da verstehen wir alles nicht und er will jetzt nicht politisch aktiv werden, warum denn nicht und so und sie verlassen ihn und wandeln hinfort nicht mehr mit Jesus. Seitdem bröckelt seine Anhängerschaft zahlenmäßig, geht es eigentlich bergab. Und dann kommt es auch zur Scheidung im Zwölferkreis, er sagt dann, was mit euch, wollt ihr auch gehen? Aber sie sagen, nein, wir wollen nicht gehen, wohin sollen wir gehen, du hast vor des ewigen Lebens, aber Jesus deutet dann schon an, dass einer von ihm dann verraten wird und nicht rein ist, obwohl er sie alle Zwölfer wählt hat, aber einer wird noch ausscheren, also auch eine Scheidung innerhalb des Zwölferkreises wird es geben. Dann beim Laubhüttenfest, Kapitel 7 bis 10, ein längerer Zyklus, da sehen wir im Zusammenhang mit diesem Fest, Kapitel 7 und Kapitel 8, verschiedene Widerstände, ich werde die einfach mal nennen, was da alles an Widerstand da ist gegen Jesus. Also zunächst mal, die Jesu Brüder glaubten nicht an ihn, 7 Vers 6. Einige Juden sahen ihn als Volksverführer, 7 Vers 12. Manche Festtagsbesucher wollten sogar Hand an ihn legen und ihn irgendwie ergreifen und vielleicht irgendwie gefangen nehmen, 7 Vers 30. Trotzdem glaubten aber auch viele im Volk an Jesus, 7 Vers 31. Auf jeden Fall hat seinetwegen Zwiedracht entstanden im Volk. Die einen waren für ihn, die anderen gegen ihn, 7 Vers 43. Die Religionsführer waren auf jeden Fall gegen ihn und die haben auch die Knechte gerügt, die Jesus verhaften sollten und aber nicht gemacht haben und haben den Anpfiff verpasst, das sei jetzt auch verführt worden von dem und es wird ganz klar gesagt, dass die Obersten des Volkes und die Pharisäer, dass die alle geschlossen eigentlich nicht an Jesus glaubten. Nur das einfache Volk, was keine Ahnung hat theologisch die Glauben, da gibt es welche, aber wir, die theologisch gebildet sind, wir glauben nicht. Das kann nicht sein. Und der Nikodemus, das ist der, der mit Jesus dieses theologische Gespräch hat wegen dieser Wiedergeburt, der ist da auch dabei und sagt, aber nach unserem Gesetz muss man jemanden noch erstmal anhören. Also er sympathisiert mit Jesus, tut sich aber nicht ganz offen zu erkennen geben und dann kriegt er auch noch einen Rüffel ab. Dann sehen wir als nächstes, dass die schriftgelehrten Pharisäer, Jesus eine Falle stellen mit dieser Ehebrecherin, die in Flagranti ertappt worden ist und die wollen praktisch jetzt von Jesus hören, dass sie zum Tode zu verurteilen ist, womit Jesus aber dann Schwierigkeiten gegen die römische Besatzungsmacht bekommen würde. Also entweder ist er gesetzeskonform und kriegt Ärger mit der römischen Besatzungsgemacht oder er wiegelt ab und will sie nicht zum Tode verurteilen, aber dann kriegt er ein Problem mit der Gesetzgebung bei Mose. Das ist eigentlich eine Falle, in Theologisch da reinzulegen. Aber Jesus geht wunderbar als Sieger daraus erfolgen, indem er sagt, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein und dann hauen sie nach und nach alle ab, weil keiner ohne Sünde ist und dann bleibt er allein übrig und eine Todesstrafe darf nach dem Gesetz ja nur durch zwei oder drei Zeugen festgestellt werden. Waren aber keine zwei oder drei Zeugen mehr da, also lässt Jesus sie gehen. Also raffiniert, wie Jesus diese Falle umgeht oder löst. Danach kommt ein zweites Ich-Bin-Wort, wo Jesus sich als das Licht der Welt zu erkennen gibt. Beim Laubhüttenfest spielen dann solche Lichterzeremonien auch eine Rolle. Und dann lesen wir ein bisschen später, dass die Juden versuchen, Jesus zu töten. Kapitel 8, wie sie das versuchen. Und die Juden beschimpfen Jesus und nennen ihn so abfällig, du bist ein Samariter. Das war ein Schimpfwort damals. Wenn man ihn beleidigen wollte, dann haben sie gesagt, du bist ein Samariter. Und dann haben sie noch einen draufgelegt und dann haben gesagt, du hast einen bösen Geist. Du hast ihn Dämon. Und ein paar Verse weiter in Kapitel 8 bis 59 wollen sie ihn sogar steinigen. Also wir sehen diesen enormen Widerstand von allen verschiedenen Gruppen, der Jesus hier entgegen kommt, also wurde das nicht begeistert aufgenommen. Dann geschieht das sechste Zeichen, was auch wieder große Wirkungen hat, die Heilung eines blind geborenen Bettlers, wieder so ein Außenseiter. Er war Bettler, hat sich schon kein Mensch mehr für ihn interessiert und dann noch blind geboren, deswegen war er auch Bettler, aber also einen blinden Bettler, mit dem kann es ja gar nichts anfangen. Der liegt praktisch der Gesellschaft nur auf der Tasche, würde man so brutal sagen, aber Jesus interessiert sich genau für solche Leute. Und er hat dann dieses Heilungswunder gemacht und es hat es noch nie gegeben, dass einer, der blind geboren war, wieder sehen konnte. Das gibt es in der ganzen Bibel nicht als Beispiel. Jesus tut Wunder, die noch nie jemand getan hat. Aber als Ergebnis von dieser Heilungswunde, anstatt es, dass die oberen jetzt sagen, er hat einen gelähmten geheilt, damals haben wir ihm immer noch nicht geglaubt, aber jetzt hat er noch einen blind geborenen geheilt, das sind schon zwei Zeugnisse, zwei Wunder, aber sie entscheiden sich trotzdem, Jesus nicht zu vertrauen, nicht zu glauben. Also die Religionsführer setzten ihm starken Widerstand entgegen und viele vom Volk glaubten trotzdem an Jesus. Dann kommt das dritte Ich-Bin-Wort, ich bin die Tür zu den Schafen und das vierte Ich-Bin-Wort, ich bin der gute Hirte. Dann haben wir Widerstand beim Fest der Tempelweihe, Widerstand in Bethanien, wieder nach einem Zeichen von Jesus. Er macht ein Hammerzeichen, nämlich er weckt den Lazarus auf, der schon drei Tage im Grab liegt und schon Verwesungsgeruch hat. Er wird nach drei Tagen zum Leben erweckt. Ein absolutes Wunder, was noch nie so geschehen ist. Und Jesus sagt als fünftes, ich bin die Auferstehung und das Leben. Diese Auferweckung des Lazarus illustriert, dass er die Auferstehung ist und dass er das Leben ist. Aber jetzt haben die jüdischen Religionsführer die Nase voll und jetzt reicht's, jetzt hilft nur noch eins, dieser Jesus muss weg und am besten auch gleich der Lazarus gleich mit, der da auferweckt worden ist. Also sie beschließen offiziell Jesus umzubringen. Das ist jetzt der Gipfel des Widerstandes. Und dann haben wir nochmal zurück in Jerusalem von Betanis, nur ein paar Kilometer zurück nach Jerusalem und da haben wir den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, Kapitel 12, 12 bis 22 und Jesus hält dann eine Rede, wo es über Glauben geht und er wirft den Juden vor, aber ihr glaubt nicht, ihr habt mich verworfen, ihr wollt mich weghaben, ihr wollt mich töten. Das ist dieser große Block, was etwa die Hälfte des Evangeliums ausmacht, von den Versen her, dieser Widerstand, der von den Juden besonders, auch von den hochgestellten Juden, Religionsführern, ganz besonders, aber auch vom Volk teilweise ihm entgegengebracht wird. Dann kommen wir zu der wahrscheinlich tiefsinnigsten Abschnitt des Johannes-Evangeliums und das ist diese sogenannte Endzeitreden, wo Jesus die Jünger vorbereitet auf die, auf seine Kreuzigung und auch auf seinen Weggang zum Vater, nachdem er drei Jahre mit ihnen jetzt gelebt hat, jeden Tag Gemeinschaft hatte, jetzt geht er für lange, lange, lange Zeit weg zum Vater und darauf muss er die Jünger vorbereiten und vorher sind sie noch gar nicht vorbereit und das fängt mit Kapitel 13 an und ich will jetzt zu jedem Kapitel ganz kurz ein paar Aspekte nur nennen, die da besonders interessant oder wichtig sind und dann sehr schnell zum Ende kommen, weil da bei der Tötung Jesu, Auferstehung, das ist ähnlich dann auch wie bei den anderen Evangelien, das kann man dann recht kurz machen, aber hier bei der Vorbereitung der Jünger möchte ich noch ein paar Minuten darauf erwähnen und das ist sehr, sehr wertvoll. Wir haben zwei geografische Zusammenhänge, einmal im Obersaal, Kapitel 13 bis 14 und die Kapitel 15 bis 17, die spielen sich dann ab auf dem Weg zum Garten Gethsemane, also eine Zweiteilung und dort in diesem Obersaal beginnt es mit der Fußwaschung, Jesus kündigt den Verrat des Judas an und erhält eine Rede vor seinen Jüngern über seinen Weggang, dass er weggeht zum Vater und in dem Zusammenhang kommt auch das sechste Ich-Bin-Wort Ich-Bin-Wort, Ich-Bin-Der-Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wenn man Kapitel 13 reinschaut, dann muss man sagen, also diese zwölf Mann, die er sich da auserwählt hat, das war schon eine illustre Gesellschaft. Da waren also Typen dabei, zu einem natürlich der Judas Ischariot, der spielt hier eine Rolle. Es war beim Abendessen, der Teufel hat den Sikaria, Judas, also Judas Ischariot, schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Also einer von den Zwölfen war quasi ein Ausfall, der hat Jesus verraten und hat auch dadurch sein Amt verloren, war aber von der Schrift vorhergesagt, dass einer, der mit ihm zu Tisch sitzt, einer seiner Genossen, seiner Freunde, ihn verraten wird. Wehe dem, der es dann ist, aber es musste so geschehen, weil die Schrift es vorhergesehen hat. Aber es ist nicht nur Judas Ischariot so ein extremer Ausfall, sondern auch die anderen bekleckern sich nicht gerade mit Ruhm an diesem Abend. Da ist so beispielsweise Simon Petrus bei der Fußwaschung, erst widersetzt er sich, was Jesus macht, nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzt sich Petrus. Also Jesus will ihm was machen und er sagt, nein. Toller Jünger, Jesus will ihm was Gutes tun und er sagt, nein. Dann sagt er, du musst aber jetzt das zulassen, auch wenn du es noch nicht verstehst und dann hat er, aber weiß er es besser, hat er einen Vorschlag. Dann sagt er, möchte ich nicht waschen, hast du keine Gemeinschaft mit mir und dann sagt er, dann herwasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Also erst widersetzt er sich und dann hat er noch eine bessere Idee, einen Vorschlag, wie man es besser macht. Also wenn du Chef bist, dann kommt ein Lehrling und er hat ja einen Vorschlag, wie du es besser machst, das kommt nicht so gut an. Und das ist also auch nicht so super, wie der Petrus das hier macht. Und dann in dem gleichen Kapitel fällt er noch mal unangenehm auf, also nicht nur, dass er sich erst widersetzt, was Jesus tun will, dann weiß er es besser und macht Jesus Vorschriften, wie er es machen soll und dann überschätzt er sich noch hoffnungslos. Wo Jesus sagt, da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hingehen und er sagt, Herr, entgegne Petrus, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich bin bereit, für dich zu sterben. Maul groß aufgerissen. Schnell dabei. Jesus sagt, mach mal langsam, dein Leben willst du für mich hingeben? Oh, wenn du wüsstest, es vergehen keine 24 Stunden, dann hast du mich, eher der Hahn kräht, keine 12 Stunden, bis du mich verleugnet hast, dreimal sagst, dass du mich gar nicht kennst. Aber du willst dein Leben für mich geben. Also, der Petrus, der oberste und bedeutendste der 12 Jünger, ist auch nicht gerade so die Superfigur hier. Aber dann gibt es noch zwei weitere in diesem Zusammenhang, die dann auch nicht gerade auffallen. Das ist der Thomas in Kapitel 14, Vers 4. Der Jesus sagt, den Weg dorthin, wo ich jetzt gehe, zum Vater, den kennt ihr ja. Und der Thomas sagt, nö. Nö. Herr sagt, Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst, geschweige denn, dass wir wissen, wie der Weg dahin ist. Also, Thomas hat keine Ahnung. Und der Philippus hat auch keine Ahnung. Jesus spricht davon, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen, sagt Jesus. Und der Herr, was sagt Philippus? Herr, zeige uns den Vater. Das genügt uns. Zeige uns ihn doch. Was antwortet Jesus darauf? So lange bin ich schon bei euch. Drei Jahre latsche ich mit euch jetzt rum. Ihr habt das alles gesehen, was ich gemacht habe. Und du kennst mich immer noch nicht. Tolle Truppe. Judas Ischariot, Ausfall. Petrus, auch versagend. Thomas, keine Ahnung. Philippus, keine Ahnung. Mann, oh Mann, mit denen willst du die Welt umkrempeln. Kein Wunder, dass sie den Heiligen Geist brauchten dafür. Ich habe mir auch ein bisschen notiert, was Jesus in diesen Abschiedsreden Kapitel 13 und 14 eigentlich sagt, what to do. Was sollen die Jünger eigentlich tun? Was legt er ihnen ans Herz, was sie tun sollen? Dann nehme ich einfach mal ein paar Nuggets raus, wo hier in den Kapiteln steht, was er ihnen für einen Auftrag gibt. Zum Beispiel, weil er ihnen die Füße wäscht, eine Sklavenarbeit, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Also sollt euch gegenseitig die untersten Dienstarbeiten tun. Das ist das, was ich von euch erwarte. Oder er sagt dann, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ohren auf, ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso, wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Die Welt sagt, wie du mir, so ich dir. Haust du mich, hau ich dich. Wie du mir, so ich dir. Die Christen müssen sagen, wie er mir, so ich dir. Wie er mich geliebt hat, so habe ich dich zu lieben. Das ist ein Gebot, oder? Oder in Kapitel 14, Vers 1, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Oder Kapitel 14, Vers 12, Wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen als ich. Und alles, was mir dann in meinem Namen bietet, werde ich tun. Also wir sollen im Namen Jesu bitten. Was ihr also in meinem Namen erbittet, werde ich tun. Ein weiteres ist, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Oder wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und nochmal ein paar Verse weiter unten, wenn jemand mich liebt, gab Jesus ihm zur Antwort, wird er sich nach meinem Wort richten. Das Wort. Also ich muss das Wort erst mal ein bisschen kennen, damit ich mich danach richten kann. Und lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Noch so eine wichtige Ermahnung. Keine Angst, lasst euch nicht verwirren. Denkt immer an, was ich euch gesagt habe. Was hat er gesagt? Ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Kapitel 15 weiter solche Nuggets, was sie tun sollen. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Meine Weisung an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Ich befehle euch, einander zu lieben. Das sind so Ratschläge, oder Befehle, die Jesus seinen Jüngern gibt in diesen Abschiedsreden. In Kapitel 15 sind wir aber schon nicht mehr in diesem Obersaal, sondern schon auf dem Weg nach Gethsemane, wo er diese Sache mit dem Weinstock da gebracht hat und das Bleiben an ihm. Und in Vers 18 von Kapitel 15 ist so ein Abschnitt, wo er über den Hass der Welt spricht. Da kommt er in den Abschnitt von etwa sechs, sieben Verse, sieben Mal das Wort Hassen vor. Hass oder Hassen. Und Jesus spricht aber in diesen Abschiedsreden auch vom Geist Gottes, von einem anderen Beistand, vom Geist der Wahrheit, der Beistand, der Heilige Geist, der Beistand, der Geist der Wahrheit, der Beistand, der Geist der Wahrheit, den er ihnen senden wird, wenn er dann beim Vater ist. Weil den brauchen sie unbedingt, um ihr Sachen zu können. Und der Geist ist dann auch der Zeuge von Jesus und auch ihr seid meine Zeugen. Und der Geist wird euch alles lehren, was ihr braucht. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und der Geist wird mich groß machen. Und der Geist wird die Welt überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit, vom Gericht. Aber die Jünger sind immer noch schwer vom Kapitel. Wie sollen wir das verstehen, sagten einige seiner Jünger. Also die Truppe ist wirklich schwach drauf. Also ohne den Heiligen Geist sind die total aufgeschmissen. Oder auch weiter unten für das 18 hier, wir verstehen nicht, was er damit meint. Einfach schwer vom Kapitel. Und Jesus sagt auch noch, pass auf, es kommt die Zeit, ja die ist sogar schon da, wo ihr auseinanderlaufen werdet. Jeder dorthin, wo er herkommt. Jeder wird sich praktisch wieder zurück, da wo er herkommt, verkriechen und denken, es war dann vorbei. So die Zeit nach seiner Kreuzigung oder auch zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, wo sie sich so ein bisschen verloren fühlten. Und dann kommt das hohe priesterliche Gebet, Jesu für seine Jünger, wo er für seine Jünger bittet. Und da ist in diesem Kapitel 17, da ist vielleicht 15 Mal, oder noch mehr, 20 Mal fast, wo er auf das Stichwort Welt, von der Welt spricht. Dass die Christen in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Und in der Welt haben sie Angst. Und er bittet sie, bewahrt werden in der Welt, aber nicht von der Welt genommen werden und so weiter. Die Welt hasst sie und so weiter. Also das Thema Welt ist hier ein Riesenthema. Und das Kontrastprogramm ist die Herrlichkeit des Sohnes, die Herrlichkeit des Vaters. Das ist so ein anderes Stichwort, was hier ganz, ganz oft kommt. Und in dem Gebet, das Jesus für seine Jünger hat, ist das Hauptanliegen, das zentrale Anliegen in diesem Gebet für die Jünger, damit sie eins sind, wie Vater und Sohn eins sind. Diese Einheit ist der Wille Jesu, das geht nicht um eine organisatorische Einheit, die ist völlig zweitrangig, ist auch nicht möglich und nötig, es geht um die innere Einheit und das ist das, was man wirklich erleben kann. Du kommst irgendwo hin, in ein fremdes Land, triffst eine wildfremde Person, merkst, der ist Christ und du hast eine Beziehung, eine Einheit mit ihm. Hochspannend, ja. Okay, das war der Punkt, diese Jüngervorbereitung, die ist total spannend zu lesen und weil hier Jünger vorbereitet werden auf die Zeit, wenn Jesus dann beim Vater ist, ist es auch für uns hochspannend, hochwichtig, sich mit diesen Kapiteln zu befassen, was es da braucht, was Jesus will für seine Jünger, wenn er dann beim Vater ist. Also, wir sollen natürlich das ganze Johannes-Evangelium lesen, aber gerade diese Endzeitreden Jesu, diese Abschiedsreden Jesu an seine Jünger, das ist Material und Stoff und Themen, die sich in den anderen Evangelien überhaupt nicht finden. Das findest du nur in den Johannes-Evangelien. Und da ist es sehr wichtig, sich mit diesen Kapiteln 13 bis 17 intensiv zu befassen. Dann die Tötung Jesu, das läuft ab, ähnlich wie bei den anderen, auch wenn die Geschichten, die erzählt werden, manchmal etwa neue Aspekte bringen oder auch neue Geschichten sind. Die Gefangennahme Christi, der Prozess gegen Christus vor den hohen Priester Hannas und Kaifers, die Verleugnung des Petrus, dann auch vor Pilatus und dem Volk. Dann kommt es zur Kreuzigung Christi und zur Grablegung Christi. Also, das ist, da kann man nicht viel Neues schreiben, was die anderen Evangelisten geschrieben haben, obwohl Johannes auch hier eine Reihe neuer Aspekte im Einzelnen bringt. Aber es ist an sich die Chronologie halt von der Gefangennahme bis zur Grablegung. Das kennen wir auch schon etwas von den anderen Evangelien. Und dann kommt die Auferstehung des Sohnes, Kapitel 20 bis 21. Hier geht es einfach auch nur chronologisch. die Auferstehung Christi. Die Tatsache, 20 Verse wird das berichtet, ein bisschen andere Aspekte. Die Auferstehungsberichte ergänzen sich und geben ein Gesamtbild, wenn man alle Auferstehungsberichte zusammen anschaut. Die widersprechen sich auch nicht, auch wenn sie scheinbar sich widersprechen manchmal. Es sieht so aus, aber wenn man es genau untersucht, stellt man fest, das ist alles harmonisierbar. Man muss es nur richtig lesen und verstehen, aber nicht nur die Auferstehung Christi, sondern was dann entscheidend ist, sind die Erscheinungen des Auferstanden. Und das ist interessant noch, wem erscheint er? Als Erstem erscheint Jesus einer Frau. Und das würde man eigentlich nicht erwarten, denn eine Frau, das Zeugnis einer Frau hat damals nichts gezählt. Also vor einem Gericht waren zum Beispiel Schafhirten nicht zugelassen, die galten als notorische Lügner, und Frauen waren nicht zugelassen vor Gericht als Zeugen, weil da konnten wir uns nicht darauf verlassen, was Frauen sagten. Also ungefähr, was ein Kind sagt. Was ein Kind sagt, was eine Frau sagt, das zählt nicht. Ein Mann muss es sagen. Ein bisschen eine andere Zeit als heute. Aber Jesus zeigt sich zuerst nicht den Petrus, sondern einer Frau, der Maria Magdalena. Und das wird in acht Versen verhandelt. Dann haben wir, dass Jesus sich den Jüngern zeigt, aber ist der Thomas nicht dabei? Der eine, der ein bisschen schwer von Capito war bei dem Abendessen da. Dann erscheint Jesus nochmal vor den Jüngern, wo der Thomas jetzt dabei ist, und er teilt ihm und allen Jüngern eine riesige, wichtige Lektion und sagt, weil der Thomas hat gesagt, wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe, glaube ich es nicht. Dann erscheint Jesus und beschämt ihn, er weiß das, was er gesagt hat, und sagt, komm, hier, schau meine Nägel male, leg deinen Finger rein, glaubst du es jetzt? Ja, klar, glaubst du es jetzt, du siehst es ja. Aber selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Und das ist ganz wichtig, weil es ist ein ganz, ganz kleiner Personenkreis, der Jesus den Auferstandenen sehen konnte. Jesus war nur wenige Tage nach seiner Auferstehung auf Erden, wo er erschienen ist, wo man ihn sehen konnte. Einmal haben wir in 500 auf einmal gesehen, aber das sind limitiert, das ist also bestimmt keine Zahl, die größer ist, als 600 Menschen, die ihn gesehen haben und die waren alle ein paar Jahrzehnte später tot. Also wenn ich nur glaube an Jesus, wenn ich ihn als Auferstandenen gesehen habe, dann stirbt der Glaube ganz schnell aus. Deswegen ist es extrem wichtig zu sagen, selig ist, wer glaubt, auch wenn er bestimmte Dinge nicht gesehen hat, sondern nur als er das Zeugnis hört von denen, die das gesehen haben, von den Aposteln und von den anderen Zeugen der Auferstehung Jesu. Als selig, wer nicht sieht und trotzdem glaubt, ganz wichtig. Die Absicht des Evangeliums wird in Versen 20, Kapitel 20, 30 bis 31 erklärt, das Ziel des Evangeliums ist, den Glauben zu wecken und dass die Menschen durch den Glauben das ewige Leben bekommen. Ich lese diese Verse, weil sie ganz wichtig sind. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Es geht nicht um diese Wunder, es geht um die Person Jesu, die diese Wunder tut und die Wunderzeichen sagen uns etwas über diese Person. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, was sollen sie glauben? Dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das Glaube ist kein Selbstzweck, sondern Glaube ist, um das Leben zu bekommen. Es ist notwendig, der Glaube ist notwendig, um an der Erlösung und an dem ewigen Leben Anteil zu haben. Und dann erscheint Jesus noch mal vor den Jüngern in Kapitel 21, dort an diesem See, wo er auch mit Petrus noch ein bisschen was zu Verhackstücken hat, dass er eine besondere Beauftragung kriegt als Hirte. Und da ist auch das achte Zeichen. Nach der Auferstehung macht Jesus auch da noch ein Wunderzeichen. und das ist ein Quantitätswunder, wo sie diesen Fischfang machen, wo sie die ganze Nacht nichts gefangen haben und dann sagt er, wirft das Netz aus und dann fangen sie 153 Fische. Und das hat auch einen gewissen Symbolwert für Komplettheit. Und dass sie ja nicht Fischer sein sollen, berufsmittlich, sondern Menschenfischer werden sollen. Und dass praktisch die ganze Welt ihr Feld ist, wo sie Menschen fischen sollen, das ist, was da letztlich auch dahinter steckt. Und dann gibt es noch eine Information zu Petrus. Ja, der Epilog ist ganz kurz und einfach nur ein Schlusswort. Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der bezeugt, was in diesem Buch steht. Er hat es niedergeschrieben und wir wissen, dass alles wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat und wenn das alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. Also, Jesus hat natürlich noch viel mehr gesagt und getan, kann man nicht alles aufschreiben, braucht man auch nicht alles aufschreiben, weil es genügt, das was aufgeschrieben ist, was wir in den Evangelien haben, es genügt völlig, um dadurch den Glauben zu finden, das Vertrauen in diesen Jesus und das Glauben in Jesus und in seinem Lösungswerk, dann eben auch das ewige Leben. Und auch in Johannes gibt es noch einen ganz tollen Schlüsselvers, in Kapitel 17, Vers 3, wo Jesus das ewige Leben definiert. Wenn wir an ewiges Leben denken, denken wir immer, das ist halt Leben, was nie aufhört. Ja, ist es auch, es hört nie auf, aber ewiges Leben ist in erster Linie eine Qualität. Und das wird von Jesus selber so definiert, in Kapitel 17, Vers 3, wo er für die Jünger betet, da sagt er, das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also ewiges Leben ist Gott zu erkennen und Christus zu erkennen. Das ist ewiges Leben. Das ist die Lebensqualität, um die es geht. Die bietet Gott und Jesus Christus, bietet es jeden Menschen an, an dieser Lebensqualität teilzuhaben, ewiges Leben zu haben, indem man Gott kennt und Christus kennt, der gesandt worden ist von Gott, der uns die Erlösung geschenkt hat und wenn man Gott kennt und Christus kennt, dann liebt man ihn auch und dient ihm auch und hat durch den Glauben an Gott und an Christus hat man auch Anteil an dieser Qualität des ewigen Lebens, Gott zu kennen, Christus zu kennen und das ist dann auch noch unendlich, unaufhörlich. Und es wird durch den Tod auch nicht aufgehoben oder so, sondern wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Von daher brauchen wir sich nicht zu fürchten vor denen, die nur ein Leib töten können, darüber hinaus nicht zu tun vermögen. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ewiges Leben, Gott kennen, Christus kennen und zwar in Ewigkeit. Und dazu lädt uns das Johannes-Evangelium ein und hat sehr, sehr viel Information, mehr als die anderen Evangelien, von daher ganz wichtig, dass wir auch das Johannes-Evangelium unbedingt lesen und besonders diese Kapitel, wo er seine Jünger lehrt und vorbereitet auf die Zeit, wenn er beim Vater ist, die sind ganz besonders auch für uns heute von sehr, sehr großer Bedeutung. Das andere auch, aber diese Kapitel natürlich auch in ganz besonderer Weise. So, dann lade ich euch ein zum nächsten Livestream oder auch zum nächsten Podcast. Das nächste Mal wird es über die Genesis gehen, das erste Buch Mose und das ist für mich eines der wichtigsten Bücher der Bibel überhaupt, nämlich das Fundament, auf dem alles andere aufgebaut ist. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dieses erste Buch dann auch sehr gut zu kennen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und wenn ihr das ein bisschen verinnerlicht, was wir da jetzt heute besprochen haben, dann könnt ihr beim Lesen vom Johannes-Evangelium auf vieles aufmerksam sein, aufmerksam werden, was wir hier auch angedeutet haben. Okay, das war es dann für heute.